Liebe Leute, es gibt wieder ein Video und für unseren lieben Daniel diesmal auch mit Ton. Also, Drachen, 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 17 hat nichts. Du schreibst doch schon den Chat rein, den 17 übernehme ich. So, und jetzt verwackelt das Ganze. So, weiter schauen, weiter schauen. So, ihr könnt mit Drachen gehen. So, irgendwie fehlt uns das Hinterhaltungsprogramm im Hintergrund. Okay, Riesenbomben oben. Etwas links lastig das Ganze. Langsam fällt mir schon die Hand ab beim Filmen. Schön Luftabwehr draußen. Hm, heiße Mauern. Hört sich das? Kommt, Riesen, kommt, Riesen, reißt uns ein. Oh, 30, 31, was ist da oben? Okay, Bauhütten. Jups, stehe weiter zurück. Ich weiß nicht, ob wir draußen sind. Ach, der Dumbot, der Sack. Hu, wer schreibt uns denn da? Ah, okay. Hm. 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 Hm.